Was sind die Anzeichen einer ersten Regelblutung? Bei einigen Mädchen treten vor einer ersten Menstruationsperiode keine Anzeichen auf, es sei denn, es treten Blutungen oder Flecken auf, während andere Bremenströle-Symptome auftreten, die denen ähneln, die später im Leben auftreten. Dazu gehören Stimmungsschwankungen oder Reizbarkeit, Müdigkeit und Völlegefühl. Einige Mädchen bemerken auch Hautveränderungen oder neigen dazu, vor der ersten Periode Hautunreinheiten zu entwickeln. Das als Menarche bezeichnete Alter einer ersten Regelblutung kann in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren variieren. Einige Mädchen erleben es bereits im Alter von 8 oder 9 Jahren, während andere es erst mit 13 oder 14 Jahren bekommen, die häufigsten sind 11 und 12 Jahre alt. Die erste Regelblutung kann normalerweise aufgrund anderer Anzeichen im Körper vorweggenommen werden. Dies liegt daran, dass die Menstruation in der Regel ungefähr zwei Jahre nach Beginn der Pubertät beginnt, was in der Regel durch das erste Auftreten von Brüsten angezeigt wird. Viele junge Mädchen erleben auch in dieser Zeit einen Wachstumsschub. Es gibt jedoch keine Regeln oder absoluten Zahlen, und die erste Regelblutung kann für Mädchen nach Erreichen der Pubertät jederzeit auftreten. Aufgrund der Natur der ersten Regelblutung gibt es in der Regel nicht viele andere körperliche Anzeichen, die vor ihm liegen, und es ist oft eine Überraschung. Einige Mädchen leiden jedoch unter Magenkrämpfen oder Blähungen, während andere Stimmungsschwankungen bemerken. Sie fühlen sich möglicherweise emotionaler oder gereizter als gewöhnlich, was ein gutes Indiz sein kann. Einige könnten besonders müde sein oder Appetitänderungen feststellen. Diese Anzeichen treten normalerweise nur wenige Tage vor Beginn der Menstruation auf und sind im Allgemeinen den Symptomen des Prennströlen-Syndroms, die bei Erwachsenen mit regelmäßigen Menstruationszyklen auftreten, sehr ähnlich. Eine erste Regelblutung ist normalerweise ziemlich kurz. Viele Mädchen erleben nach dem ersten Zyklus längere Zeit unregelmäßige Zyklen, manchmal sogar einige Jahre lang. Dies bedeutet, dass die Zeitspanne zwischen den Zyklen länger oder kürzer sein kann als der 28-Tage-Durchschnitt oder sogar, das hier und da ein Monat übersprungen wird. Jedes Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt sexuell aktiv ist und eine Periode überspringt, sollte wissen, dass eine Schwangerschaft möglich ist. Jedes Mädchen wird anders reifen, und manche Frauen erleben sofort regelmäßige Menstruationszyklen. Während einige Frauen unregelmäßige Zyklen über ihr ganzes Leben hinweg erleben, ist es unmöglich vorher zu sagen, weshalb es wichtig ist, den Zyklus jeden Monat nach dem Beginn zu verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank.